So, Adriel darf erneut mit 185. Wenn ich Glück habe, kriege ich einen Bonus. So. Ich bin gespannt. Das können wir jetzt aber speeden. Weil das ist ja jetzt immer der gleiche Ablauf. So, hol mal die Teilnehmer. Und das ein bisschen flotter. Okay. Lass uns mit der Momentschau beginnen. Irgendwie, selbst die Schnellmusik passt irgendwie dazu. Wir haben auch nicht. So ein bisschen funky. Können wir ein bisschen mitdancen. Na komm. Die nächsten beiden. Oberklasse. 116 war zu schlagen, aber. Ich bin gespannt. Wie viel Bonus bekommen. Also, ne. Nicht vergessen. 1, 8, 5 haben wir. Wenn wir so nochmal so 30 Punkte haben, haben wir 2, 1, 5. Und das vielleicht, oder vielleicht, äh, verschaffen. So. Dann gib mal Gas. Denn wir essen zeitig. Preisrichter. Gehen bei uns. Sage uns, wer gewonnen hat. So, das werden wir natürlich normal speeden. Denn Spannung muss ja sein. Okay. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. 105. Das können wir sein. Was? Was? Nein. Oh nein. 105. Äh, 205. Alter, nein. Ah. Das ist doch nicht euer Ernst. Ah. Ah. Ich glaube es nicht. Ein Mann. Äh. Alter. Irgendwie habe ich irgendwie mal gelesen, die Platinum-Rusten sollte schon einen ordentlichen Bonus geben. Ähm. Ja. Wir haben 1400. Ich muss jetzt nicht. Ich... Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach mal... ...unser guten alten... ...Eigencharakter. ...und werde ich ihn jetzt mal... ...und dann muss ich mir von einem Schild soll irgendwie auch Bonus geben. ...und dann... 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 und fächer sonne platin schwert also diesmal ich weiß ja nicht mal das funktioniert ja ich probiere es einfach mal aus mit schlecht mit schnitz anzutreten hatte jetzt ziemlich viel 169 kann er noch die platinpanzer vielleicht gewinnt er jetzt damit 205 also wenn er jetzt nicht damit gewinnt weiß ich auch 205 hat er jetzt ich weiß mit den ganzen platin sachen ähm und ich hab den gar nicht dabei das war ein bisschen dumm hier ihn anzusprechen muss denn erstmal in die gruppe mit einnehmen finde ich natürlich sehr gut so jetzt ist schnitz an der reihe der mosk der mosk gepackte schnitz holzfäller schnitz mit ein stil von 205 und ich wenn ich hier richtig gelesen habe gibt es sogar 50 punkte für die platin sachen vor muss ich weiß jetzt gar nicht ob die drei ausreichen aber sollte eigentlich teilnehmen so schnitz mein freund also ich würde mich da hinterstellen das riecht doch ich also ist nicht einfach man muss schon wirklich genau drauf achten wer die meisten zielpunkte bekommt also die schönland schmiede wird ähm hat jetzt ich sag mal so die hat jetzt einen sinn warum man dort geld ausgeben soll also bei stufe 8 ist bestimmt ultraschwer aber wenn ich denke wenn man jetzt hier schon mehr als 200 braucht ähm wird es wahrscheinlich bei stufe 8 schon bei 1000 sein wenn ich sogar noch höre ja gut ich will es nicht übertreiben aber auf jeden fall bestimmt über 500 zielpunkte wenn es überhaupt so weit hoch geht das problem ist in diesem dragon quest kann man nicht wirklich geld farmen also ich habe jetzt keinen monster getroffen der wirklich geld ausspuckt so wie ähm in dragon quest 5 der hallouk der hat ja er hat 1000 goldminsen ausgespuckt das war ja heftig pro pro ein gegner ne und hier habe ich jetzt bis jetzt noch nichts gefunden oh oh ja hihi mal was anderes so jetzt kommen wir wieder zur spannenden Frage wer wird es sein und diesmal bin ich zu 100% sicher dass ich es bin wenn jetzt einer irgendwie mehr als 205 plus bonus hat dann raste ich aber aus also ich meine ich habe jetzt von ich habe jetzt 255 glaube ich 205 nur ja schnitz also es gibt doch keinen bonus was habe ich denn da gelesen egal 205 reicht aus um hier zu gewinnen es kommt noch hunde 3 ne leute es kommt noch hunde 3 sage ich doch die aufnahme betrifft eigentlich nur um diesen blöden teppich zu bekommen um endlich weiter zu kommen ich kann nichts dafür ne es ist eigentlich ein blindes weil deswegen dauert es so lange so was sagt er jetzt Bruno kommt jetzt ne Gast in der Jury Bruno hat es halt für dich zu glänzen oh heute gibt es ja einen wahren Platz an Männern hallelujah hey juhu Nummer 5 hallo ich mag starke gestalte Typen Nummer 5 und ihr verkörpert das zu 100% okay achso äh wenn du da eine Aussage ist dann haben heute alle Teilnehmer ganz laut langweilig gesagt ihr müsst euch alle hier viel mehr anstrengen ihr habt sie gehört meine Damen und Herren das war's für diese Stufe und wir sehen uns bei der nächsten Stufe wenn es um einen heißen Preis geht einen Teppich das Problem ist ich weiß jetzt nicht mal was jetzt ansteht auf Stufe 3 ich guck erstmal wir suchen Teilnehmer als nächstes ich finde es Stufe 3 naja wir wären Stufe 3 bitte ok hier ist es eigentlich egal ähm ich würde sagen wir wären jetzt mal jemand anders mal den Vortritt lassen 193 das wird wahrscheinlich für Stufe 3 nicht mehr ausreichen aber vielleicht für 200 24 äh äh Kopftuch 232 wird immer besser gleich habe ich keine Ahnung mehr wer was angezogen hat ausrüsten ausrüsten und ausrüsten so 235 geht es noch ein Tick besser ich habe das Gefühl eher nicht vielleicht mit dem Zauberschild er kann ihn nicht tragen vielleicht mit dem Wunderschwert 225 ja was hat er noch Zombiespalter auch nicht auch nicht Flammenrüstung ich glaube Flammenrüstung nicht vielleicht Rubin der Rage auch nicht und das sollte eigentlich auch schon gewesen sein oder Feuerkrölle glaube ich eher weniger wie wir suchen das einfach mal okay er ist dabei das ist gut wir versuchen mit Pampalotz den dritten Preis zu holen okay teilnehmen und zwar unser Schleimritter sehr gut oh da ist sogar ein Schleim dabei gut das können wir wieder beschleunigen Stufe 3 ich bin gespannt wir haben ja schon über 230 Stilpunkte ich bin ich bin ich bin immer aufregend ich weiß nicht ob das ausreicht das ist es nämlich ich glaube nicht dass wir jetzt irgendwie was in der Schönheitsschmiede noch umpacken können wow ein schöner Sklavenlook jetzt kommt zum zweiten Mal ein Monster ein Schleim bitte lass uns gewinnen wir haben schon eine hohe Stilpunktzahl so und letzt Stufe 5 so ich denke da gibt es nicht viel Unschuldigung der diesmal gewonnen hat hey schaut mich an hier drüben oh oh ob das was gut ist ach die drei stehen wieder da jetzt seid ihr wieder an der Reihe ihr zappelt ein wenig rum und wisst genau wer gewonnen hat ok ok hohoho Spannung Spannung Platz eins hat wer gemacht und gewonnen hat yes ja haha Nummer 5 auch als bekannt als Pompelot herzlichen Pompelot 732 hat ausgereicht puh es hat ausgereicht den Plüschläufer endlich haben wir ihn ich hätte nicht gedacht dass wir das noch schaffen da haben wir ihn aber die Platinsachen ach vielleicht braucht man alle vier Teile um den Bonus zu bekommen so Stufe 4 glaube ich war jetzt ne Stufe 5 war Platin also Sondermann du hast das Wort ihr habt mich am meisten Meinung Nummer 1 aber die Mehrheit entschied versucht das noch einmal verstanden und was sagt die Vorsitzende dazu nicht so schlecht ja wirklich nicht schlecht ich denke dass ich mit der heutigen Entscheidung sogar fast zufrieden bin ihr habt sie gehört vielen Dank Kelly und das war's endlich mit der Show puh wir haben es tatsächlich in drei Parts geschafft wow ne oh mein Gott in drei Parts so jetzt darf ich erstmal alles umbauen ähm wir werden jetzt erstmal wieder Gepäck ordnen und es nach und nach nochmal machen ich weiß gar nicht mehr wer was anhatte so nicht aufstellen sondern Gepäck fangen wir auf und mal hierhin Plieschläufer äh sitzen ich glaube dem muss ich erstmal Magie geben Traumklinger war da nicht irgendwie jemand so er war mir der Traumklinger vertraut ähm Eisenmaske das war er wundervoll und ähm den Gebetsring den werden wir jetzt einfach mal oh Abwehr was war das nochmal äh ja nehmen wir das einfach mal den Goldring glaube ich nichts mehr ah doch vielleicht ihn ja so okay Flinkhalse mit Sauschere Gold Armschiene hier haben wir ach dann gehen die Schleimoranger raus okay ah ja hier haben wir noch ein eine Armschiene vergessen so und hier Flinkheit auch wenn Schleimohrringe haben warte mal hier fehlt aber eins hier fehlt noch ein Kopfteil äh das müsste wenn dann Silberterrier war das richtige nein Hilfe verwirrt gerade Schleimhelm wandeln das meilens ähm wo fehlt denn jetzt was hier fällt auch noch was ich will sagen doch noch ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt Kopftuch äh definitiv gerade nicht dabei aber ich nehme das erstmal jetzt dafür da ich glaube ach hier denkt ihr den so das ist das richtige hier ok wird es sorgen wir wollen nicht hier das passt eigentlich so dann kann das einmal weggepackt werden werden